Dieser Dharma-Vortrag ist ein kollektives Hinschauen in die Natur von Geburt und Tod. Ihr seid alle herzlich eingeladen, nicht nur Beobachter, sondern Beteiligte an dieser Praxis zu sein. Es gibt eine Dimension der Realität, in der wir leben, die nennen wir die endgültige Dimension. Die meisten von uns sind ausschließlich daran gewöhnt, in der sogenannten historischen Dimension zu leben. Und wir haben nicht viele Gelegenheiten, diese endgültige Dimension zu berühren. Schauen wir uns an die Wogen, die man auf der Oberfläche des Ozeans wahrnehmen kann. Wenn wir uns die Wogen anschauen, dann können wir feststellen, dass jede dieser Wellen ein Anfang hat und auch ein Ende. Die Welle wird vielleicht geboren und die einzelne Welle stirbt auch vielleicht. Die Welle kann hoch oder niedrig sein, sie kann sehr schön sein oder auch weniger schön. Und die Welle kann auch andere Wellen sehen und sich mit ihnen vergleichen. Und die Welle kann sagen, ich bin kleiner als sie oder ich bin eine schönere Welle als diese. Natürlich ist es die Aufgabe einer Welle, das Leben einer Welle zu leben, aber es gibt noch etwas Tieferes. Sie kann noch mehr tun. Wenn die Welle sich die Zeit nimmt, sich zu verbeugen und ihre tiefste Natur zu berühren, dann wird sie herausfinden, dass sie als Welle auch aus Wasser besteht. Und damit ist sie von der gleichen Natur wie alle anderen Wellen, die auch aus Wasser sind. Und das Wasser ist diese andere Dimension der Wirklichkeit, die wir auch mit der endgültigen Dimension vergleichen können. In der historischen Dimension können wir die Welt erleben, die wir auch mit der Erwachsenen erleben können. In der historischen Dimension können wir die Erwachsenen erleben. In der historischen Dimension können wir die Geburt und Tod erleben, hoch und tief, schön oder weniger schön. Aber in der endgültigen Dimension, in der in unserem Bild das Wasser steht, gibt es diese Unterscheidungen alle nicht. All diese Begriffe, all the notions like birth and death, high and low, one, many, beauty, ugliness, all these notions can only be applied, can only be applied to the historical Dimension. All diese Begriffe wie Geburt und Tod, hoch und niedrig, schön oder hässlich, eins und viele, sind alles Begriffe, die sich ausschließlich in der historischen Dimension anwenden lassen. Sobald wir die endgültige Dimension erreichen, werden all diese Begriffe nicht mehr anwendbar. Also, lassen wir uns versuchen, die Begriffe von oben und unten zu sehen, von oben und unten zu sehen. Nehmen wir mal den Begriff oben und unten zum Beispiel. Wir sitzen hier in dieser Meditation Halle, sehr sicherlich, dass diese Richtung unsere Begriffe ist. Und die andere Richtung ist unsere Begriffe. Wir sitzen hier in dieser Meditationshalle und sind fest davon überzeugt, dass diese Richtung unser oben ist und diese Richtung unser unten. Aber unsere chinesischen Brüder und Schwestern, die vielleicht zur selben Zeit auf der anderen Seite des Planeten in der Meditationshalle sitzen, die werden damit sicher nicht übereinstimmen. Das, was wir als unser oben erleben, das erleben sie als ihr unten. Und darum muss man sagen, dass ein Begriff wie oben und unten im Kosmos keine Gültigkeit besitzt. Wenn die Welle ihre wahre Natur berührt und erkennt, dass sie Wasser ist, dann verliert sie alle Angst und alle Diskriminierung. Eine Welle mag viel Angst vor dem Tod haben, aber wenn sie ihre wahre Natur berührt, die Wasser ist, dann berührt sie auch die Dimension des Nichtgeborenwerdens und des Nichtsterbens. Wenn wir zum Beispiel morgens das Herz-Sutra rezitieren, dann hören wir darin die Aussage, dass die endgültige Dimension frei ist von Geburt und Tod. Die endgültige Realität, die endgültige Dimension unserer Realität ist frei von Geburt und Tod. Und wir sind niemals getrennt von dieser Wirklichkeit. Wir gehören dieser Wirklichkeit des Nichtgeborenseins und des Nichtsterbens an. Wenn wir die Zeit haben, unsere Momenten zu leben, dann können wir die ultimate Dimension unserer Realität bemerken. Wenn es uns gelingt, unseren Augenblick tief und ganz und gar zu leben, dann berühren wir diese Dimension des Endgültigen und wir berühren unsere Natur des Nichtgeborenwerdens und des Nichtsterbens. Und unsere Natur des Nichtgeborenwerdens und des Nichtsterbens wird manchmal mit dem Wort Nirvana bezeichnet. Und Nirvana ist für uns verfügbar, denn Nirvana ist unsere wahre Natur. Nirvana bedeutet zuerst einmal die Auslöschung aller Bezugspunkte, der Begriffe wie zum Beispiel Geburt und Tod. Es ist möglich, dass dadurch, dass wir tief in unsere Natur schauen, wir Nirvana berühren können, wir die Wirklichkeit des Nichtgeborenwerdens, und des Nichtsterbens in uns berühren. Und wenn wir die Natur des Nichtgeborenwerdens und des Nichtsterbens in uns wirklich berühren, dann erlangen wir das, was wir Furchtlosigkeit nennen, und wenn wir die Natur des Nichtgeborenwerdens und des Nichtsterbens in uns wirklich berühren, dann erlangen wir das, was wir Furchtlosigkeit nennen, und das ist die Basis für allen Frieden und alles Glück. Wenn man diese Praxis macht, die wir die Erde berühren nennen, dann berühren wir immer auch diese letztendliche, diese endgültige Dimension des Nichtgeborenwerdens und des Nichtsterbens. Du legst deine Vorstellung von einem Selbst ab, so wie die Welle die Vorstellung des Welleseins ablegt, indem sie erkennt, dass sie der Ozean ist. Wenn wir die buddhistische Meditation praktizieren, dann können wir viele verschiedene Erleichterungen bekommen. Aber der größte Erleichterung von allen ist Gott, wenn man die nirvana, die älteren Dimension zu touchen. Durch die buddhistische Meditation kann man alle möglichen Erleichterungen erfahren, Linderungen erfahren. Aber die größte Erleichterung findet dann statt, wenn man seine tiefste Natur berührt hat und das Wesen von Nichtgeburt und Nichttod erkennt. Die notion von der Erleichterung und der Erleichterung, die Erleichterung sind statt, sind in uns seit ein paar Generationen zu vergebilden. Und weil wir nicht die Natur dieser Noten sehen konnten, sind wir in Angst. Und dadurch sind wir in Furcht gefangen. Wollen wir gemeinsam tief in die Natur dieses kleinen Stücks Papier schauen. Könnt ihr die Natur des Nicht-Geboren-Werdens und des Nicht-Sterbens dieses Stücks Papier erkennen? To be born. To us is from nothing. You suddenly become something. Aus einem Niemand wird plötzlich ein Jemand. Let us ask the question as whether this sheet of paper has come from nothing or not. Stellen wir diesem Blatt Papier die Frage, ob es denn aus dem Nichts gekommen ist. Wir können uns die Geburt dieses Stücks Papiers vorstellen. Und wir haben gewöhnlich die Ansicht, dass vor der Geburt dieses Papiers das Papier nicht existiert hat. Aber dass aus nichts ganz urplötzlich ein Blatt Papier entsteht, ist das möglich? Wenn wir in dieses Blatt Papier tief hineinschauen, dann sehen wir seine früheren Leben, zum Beispiel als Baum. Und wenn wir dieses Blatt Papier ganz tief berühren, dann sehen wir auch die Wolke, den Regen, die Erde und noch unzählige andere Dinge. Also kann man nicht sagen, dieses Blatt Papier sei aus dem Nichts gekommen. Es ist von etwas anderem geworden. In seinem früheren Leben ist dieses Blatt Papier ein Baum gewesen, eine Wolke, ein Sonnenstrahl und so weiter. Was wir also den Geburtstag dieses Blatt Papiers nennen, ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Kontinuitätstag. Deswegen wäre es viel sinnvoller, wenn wir uns an unserem Geburtstag, statt uns frohen Geburtstag zu wünschen, wir glücklichen Kontinuitätstag sagen würden. Und wenn wir auf diese Weise tief schauen, dann kommen wir zu der Erfahrung, zu der Erkenntnis und zu der Einsicht, dass dieses Blatt Papier tatsächlich niemals geboren worden ist. Es ist nur unser Glaube, dass Geburt bedeuten würde, dass wir aus dem Nichts plötzlich zu etwas werden. Aber, wie uns das Beispiel dieses Blatt Papiers gezeigt hat, ist es nicht der Fall, dass dieses Blatt Papier jemals geboren worden wäre. Wir haben die Impression, dass wir auf einer bestimmten Zeit geboren wurden und bevor das wir nicht existierten. Wir glauben, dass wir geboren werden und dass wir vor dieser Geburt nicht existiert hätten. Wenn wir so viel auf unserem Geburtstag betrachten, würden wir keine korrekte Idee haben, wenn wir geboren sind. Aber, wenn wir nicht sozusagen eine Geburtsurkunde hätten, dann könnten wir den genauen Zeitpunkt unserer Geburt überhaupt nicht feststellen. Die Frage ist, hast du nicht auch schon existiert, bevor du tatsächlich geboren wurdest? Und, wenn du schon existiert hast vor deiner Geburt, wie hast du dann geboren werden können? Du bist natürlich schon im Leib deiner Mutter gewesen, mindestens neun Monate lang. Und das allein ist der Grund, warum du überhaupt geboren werden konntest. Aber etwas, was bereits existiert, muss das noch geboren werden? Man könnte dann sagen, ich habe in dem Augenblick zu existieren begonnen, als ich im Leib meiner Mutter empfangen wurde. Aber wenn wir das genau untersuchen und genau hinschauen, dann werden wir feststellen, dass wir auch vor dem Augenblick der Zeugung schon da gewesen sind. Teilweise in unserem Vater, teilweise in unserer Mutter. Und wenn wir weiter schauen und immer tiefer schauen, dann gehen wir immer weiter zurück in der Reihe unserer Ahnen. Und wir können niemals einen genauen Zeitpunkt feststellen, wo wir in die Existenz getreten wären. Die Tatsache ist, die Wahrheit ist, dass wir überhaupt keinen Anfang haben. Denn die Vorstellung eines Anfangs ist eine weitere Vorstellung, die überschritten werden muss. Unsere Vorstellung vom Tod ist es, dass wir von etwas plötzlich wieder zu nichts werden. Dass wir von einem Jemand plötzlich wieder ein Niemand werden. So stellen wir uns den Tod vor. Schauen wir uns wieder dieses kleine Stück Papier an und stellen wir die Überlegung an, ob es wohl möglich ist, dass wir dieses Stück Papier zu nichts reduzieren. Versuchen wir also, es zu zerstören, indem wir es zum Beispiel verbrennen. Und lasst uns schauen, ob es uns gelingen kann, dieses Blatt Papier von etwas zu nichts zu machen. All of us have observed. We have seen that it is impossible to reduce something to nothing. Ihr habt alle beobachtet. Wir konnten alle beobachten, dass es unmöglich ist, aus etwas nichts zu machen. Der Augenblick, den wir vielleicht für den Todestag des Blatt Papieres halten mögen, ist auch nur ein weiterer Moment der Kontinuität. Die Hitze, die das Blatt Papier im Brennen von sich gegeben hat, ist in den Kosmos eingegangen. Sie hat fast meine Finger verbrannt. Wenn man ein sehr feines Messinstrument hätte, dann könnte man tatsächlich die Energie messen, die dadurch von unserem Körper aufgenommen wurde. Und wenn wir ein sehr verfeinertes Messinstrument hätten, dann könnten wir sogar die Energie, die vom Papier im Brennen abgegeben worden ist, in den Sternen messen. Und etwas Rauch ist entstanden und hat sich mit den Wolken im Himmel verbunden. Vielleicht diese Nachmittag, du kannst einen Rumpel von Wasser auf deinem Kopf bekommen. Und das ist dein Gespräch wieder mit einem Schild von Papier. Ein Tropfen Wasser auf dem Kopf aus dem Himmel. Und das ist sozusagen die Wiedergeburt unseres Blatt Papiers. So you can continue to see the presence of the sheet of paper. And you might look up to a cloud and say, hello, see you again. Und so erkennen wir die Gegenwart des Blatt Papiers wieder. Und wir können zum Himmel schauen, lächeln und winken und sagen, hallo, schön dich wiederzusehen. Und diese Asche wird vom jungen Mönch der Erde wiedergegeben. Und in ein paar Monaten schon kann man vielleicht eine kleine Blume daraus wachsen. So that through the process of looking deeply, we discover a new truth. There is no birth, there is no death, there is only a continuation. Durch diese Übung des tiefen Hinschauens, haben wir eine neue Wahrheit gefunden. Tatsächlich gibt es keine Geburt und tatsächlich gibt es keinen Tod. Es gibt nur andauernde Kontinuität. Yesterday a friend asked, if there is no self, how would you be reborn? How would you continue? You don't need a self in order to continue. You don't need a self in order to be reborn. Gestern hat jemand ja die Frage gestellt, wenn wir denn kein Selbst haben, wie der Buddhismus behauptet, wie können wir dann wiedergeboren werden? Tatsächlich braucht man kein Selbst, um wiedergeboren zu werden. Tatsächlich braucht man kein Selbst, um Kontinuität zu sein. A French scientist, his name is Lavoisier, he said, Rien ne se crée, rien ne se paire, meaning nothing is born, nothing died. Ein französischer Wissenschaftler namens Lavoisier hat gesagt, niemals wird etwas geboren und nichts stirbt jemals. Lavoisier did not speak out as a meditation practitioner. und Lavoisier hat nicht als praktizierender Meditation gesprochen, sondern als Wissenschaftler. Aber seine Worte korrespondieren genau mit der Lehre, die wir in der Herzsutra finden, in der es heißt, es gibt keine Geburt und es gibt keinen Tod. Es wäre unglaublich schade, wenn wir in unserem Alltag keine Gelegenheit finden würden, gemäß unserer Natur des Nichtgeborenwerdens und des Nichtsterbens zu leben, weil wir immer zu beschäftigt sind. Wenn die Welle sich niederbeugt und ihre wahre Natur berührt, dann verliert sie alle Furcht und sie beginnt zu singen. Wenn wir Menschen, wenn wir die Zeit, die wir tief in jedem Moment leben, dann haben wir die Möglichkeit, unsere eigentliche Tiefste, unsere Endgültige Natur zu berühren, unsere Welt, die wir nicht mehr leben, dann haben wir die Möglichkeit, unsere eigentliche Tiefste, unsere Endgültige Natur zu berühren. Und dann erhalten wir das größte Geschenk, das die Meditation uns geben kann, nämlich die Furchtlosigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Kanada. He was on the verge of dying. He had cancer. And I gave him instructions as how to touch the ultimate dimension. Vor 15 Jahren habe ich einem Herrn die fünf wunderbaren Richtlinien übertragen, der an der Schwelle seines Todes stand. Er hatte Krebs und ich unterrichtete ihn, wie er die endgültige Natur berühren könne. Dieser Mann war noch sehr jung und auch seine Frau war noch sehr jung. Sie waren nicht einmal 30. Er praktizierte so gut. Es gab eine Nacht. Er hatte die Gefühl, dass er in einer oder zwei Stunden sterben wird. Und er akzeptierte, zu sterben ohne Angst. Und seine Praxis war so gut, dass eines Nachmittags, als er das Gefühl hatte, dass er in den nächsten ein oder zwei Stunden wohl sterben werde, er diesen Tod akzeptieren konnte und wusste, dass er ohne Angst sterben würde. Und er hat mir hinterher erzählt, dass in diesem Zustand der Furchtlosigkeit, den er erreicht hatte, er eingeschlafen ist, einen sehr tiefen Schlaf hatte und als er wieder aufwachte, hat er sich wunderbar gefühlt. Er erholte sich sehr, sehr schnell wieder. Und sogar nach einem Jahr war er die ganze Gemeinschaft in Montreal, hat den Vorschlag gemacht, dass dieser junge Mann, die 14 Regeln des Ordens des Interseins nehmen sollte. Und er wurde kurz danach ordiniert in den Orden des Interseins und er bekam den neuen Dharma-Namen, der übersetzt heißt Neugeburt. Er hat danach über zehn Jahre gelebt. Und als er dann schließlich starb, waren Mitglieder der Gemeinschaft um ihn herum und er konnte sehr friedvoll sterben. Und vor seinem Tod noch hatte ihn die Sangha zu einem Dharma-Lehrer gemacht. Und er hat mir dann einen Brief geschrieben, in dem er den formellen Titel Dharma-Lehrer abgelehnt hat. Und er hat mir dann einen Brief geschrieben, in dem er den formellen Titel Dharma-Lehrer abgelehnt hat. Aber ich konnte sehen, dass seine Art zu leben, die Art und Weise, wie er auf andere wirkte, die Arbeit eines Dharma-Lehrers war. Und das lag daran, dass er diese seltene und unglaublich kostbare Gabe besaß, nämlich die Gabe der Furchtlosigkeit. Vielleicht hat auch ihr in eurer Kindheit ein Spielzeug gehabt, ein Kaleidoskop. Wenn man in dieses Kaleidoskop hineinschaut, dann sieht man, unendlich schöne und viele symmetrische Konstruktionen, jeder einzelne genießt man, weil sie so wunderschön ist und jedes mal, wenn man das Kaloroskop nur ein Stückchen dreht, dann ändert sich wieder alles. Und wenn bei jeder Drehung ein schönes Gebilde geht, um einem neuen schönen Gebilde Platz zu machen, dann scheint man das nicht besonders zu bedauern, das Gehen des schönen Gebildes. Weil man weiß, dass das nächste Gebilde eine Kontinuität des früheren Gebildes ist und dass die Kontinuität immer weitergeht und niemals aufhört. Wenn eine Wolke im Begriff ist, sich in Regen zu verwandeln, dann hat diese Wolke nicht mehr, sondern die Wolke nicht mehr, sondern die Wolke nicht mehr, sondern die Wolke nicht mehr werden, sondern die Wolke nicht mehr. Es ist nur ein Prozess der Kontinuität. Wenn eine Wolke im Begriff ist, sich in Regen zu verwandeln, dann hat diese Wolke keine Angst. Sie glaubt nicht, dass sie stirbt, denn sie weiß, dass zu Regen zu werden bloß eine weitere Form ist, bloß eine Kontinuität ihrer Existenz. Das ist auch der Grund, warum der Regen, wenn er fällt, fast sinkt. Eine Wolke zu sein, am Himmel zu schweben und hin und wieder einen Berggipfel zu besuchen, ist eine wunderbare Sache. Aber Regen zu werden, auf Wiesen, auf Felder und auf Wälder zu fallen, ist eine ebenso schöne Sache. In der Upper Hamlet of Plum Village, wir haben eine Veranda, die ist baptisiert, zu hören, auf die Regenveranda. Und wir haben in einem unserer Gebäude in Plum Village eine Veranda und die ist getauft worden auf dem Namen Veranda des Lauschens auf den Regen. Wenn ihr mal da seid, wenn ihr die Zeit habt und den inneren Frieden einfach dort zu sitzen und dem Regen zuzuhören, dann werdet ihr sehr glücklich sein. Und wenn ihr aufmerksam genug seid, werdet ihr den Dharma-Vortrag hören, den der Regen gibt. Den Dharma-Vortrag über nicht geboren werden und nicht sterben. Wenn ihr die Übung des Berührens der Erde aufrichtig macht, dann werdet ihr jedes Mal, wenn ihr die Erde berührt, eure Vorstellung eines Selbst aufgeben und auf diese Weise tief eure wahre Natur des Nicht-geboren-Werdens und des Nicht-Sterbens berühren können. In the position of the earth touching, you touch all your ancestors in you. You know that you are a continuation of your ancestors and they are all alive in you in the moment. Wenn ihr in der Haltung des Berührens der Erde verharrt, dann verbindet ihr euch mit all euren Vorfahren. Und ihr erkennt, dass alle eure endlosen Generationen von Vorfahren jetzt in diesem Augenblick in euch lebendig sind. Und wenn ihr die Erde berührt, dann berührt ihr auch die unzähligen Generationen eurer Nachkommen, die bereits jetzt in euch vorhanden sind. Und ihr wisst, dass sie ihr seid, denn sie sind eure Kontinuität. Suddenly the idea of self is dissolved and you become the stream of life. Plötzlich ist diese enge Vorstellung eines Selbst aufgelöst und ihr werdet zum Strom des Lebens selbst. Und wenn ihr in dieser Haltung den Boden berührt, dann seid ihr bereit, alles anzunehmen, was der Augenblick euch bringen mag. Sei es Geburt oder sei es Tod. Weil ihr seid über diese enge Vorstellung von Geburt und Tod hinausgegangen. Nicht mehr davon begrenzt. Es gab einen Mann namens Anattapindika und er war einer der Laien-Schüler des Buddha. Er praktizierte als Laien-Schüler, aber er praktizierte als Laien-Schüler. Er hat auch die fünf wunderbaren Richtlinien erhalten und so übten sie zusammen. Er hat die Gita-Pak an den Buddha und Sangha in einem Monastery für die Praktik. Er ist nur in der Bühne der Stadt Schwabasthi. Er war es, der dem Buddha und seinen Mönchen den Jetahain geschenkt hat. Dieser Platz ist zu einem Übungsplatz für die Gemeinschaft geworden. Dieser Ort, dieser Jetahain, lag in der Nähe der Stadt Schwabasthi. Der Name Anattapindika ist nicht sein reales Name. Es ist ein Name gegeben von den Menschen in seinem Land, weil sie ihn liebten. Er hat viel Zeit, Energie und Ressourcen in order to help the poor and the orphans. Anattapindika war nicht sein wirklicher Name, sondern es war der Name, den ihm seine Landsleute gegeben haben, weil er so viel Energie, so viel Liebe und so viel von seinem Besitz aufgewendet hat, um den Armen und denen die Hilfe brauchten, um sie zu unterstützen und ihnen zu helfen. Anattapindika bedeutet der, der den Weisen hilft und all denen, die niemand mehr haben, der für sie sorgt. Sein Name, bevor er Anattapindika genannt wurde, hieß er Sugata. Anattapindika took a great deal of pleasure to serve the Buddha, the Dharma and the Sangha. This light is filled with happiness. Anattapindika hat sehr viel Freude daraus gezogen Buddha, Dharma und Sangha dienen zu dürfen und diese Handlungen haben sein Leben mit Glück gefüllt. Er war ein enger Freund des ehrwürdigen Shariputra, einem der älteren Schüler des Buddha. One day the Buddha learned that Anattapindika was very sick. So he went to visit him in person and he asked Anattapindika whether he has something to regret or not. Anattapindika said that he did not have anything to regret, maybe the only thing is that he is sick and he could not come to the Jeta monastery as often as he wished. Anattapindika asked the Buddha to listen to the Buddha to listen to the Dhamma talks even by the Buddha. After the visit, the Buddha asked the Venerable Shariputra to take good care of Anattapindika and visit him from time to time. Nach seinem Besuch beauftragte der Buddha Shariputra sich gut um Anattapindika zu kümmern und ihn immer wieder aufzusuchen. Anattapindika learned that Anattapindika is very sick and he is going to die, maybe on that day. So he asked his younger brother in the Dhamma, the Venerable Ananda, to come along to visit him in person. When Anattapindika saw the two monks coming, he was very glad and he tried to sit up, but he was so weak. He could not sit up. Shariputra said, don't cry to sit up, my friend, just remain in your bed. We will bring two chairs close to you and sit near you. After that, Shariputra asked, dear friend, how do you feel in your body? Is the pain in your body increasing or decreasing? Dear Venerable Anattapindika, the pain in my body is not decreasing, it is increasing all the time and I suffer very much, said Anattapindika. At that moment, Shariputra decided to give a guided meditation to Anattapindika, aiming at easing the pain within his body. Knowing that Anattapindika had taken a lot of pleasure serving the Buddha, the Dharma and the Sangha, that is why the guided meditation given at that time is about the recollection of the Buddha, of the Dharma and of the Sangha. Shariputra was a very intelligent monk. He knew what he should do at that moment. Ten minutes of meditation on Buddha, the Dharma and the Sangha helped bring a lot of energy into the body of Anattapindika and he began to suffer much less. And when he saw that Anattapindika felt much better in his body, he began to lead Anattapindika into the meditation of the five beings. Friend, Anattapindika, please practice together. These eyes are not me. I am not caught in these eyes. These ears are not me. I am not caught in these ears. And they continue to do that with the nose, the tongue, the tongue, the body and the mind. All of us have the tendency to believe that we are this body. And if this body disintegrates, we disintegrate. The meditation helps us to see that we are alive without boundaries. This body is not us. And we should not be caught in the idea that we are just this body. The idea that I am this body is a very strong idea in every one of us. And that is why our daily practice should focus on the looking deeper and deeper and deeper and deeper and deeper and deeper and deeper. The idea that we see that this body is not us. And even not our property. The idea that we are our body is in every one of us. And that is why it is so important that we look into the nature of this body. The young people in Europe may like to say that this body is mine. I can do anything to my body. You have no right to prevent me. In fact, this body is not yours. This body belongs also to your ancestors, your parents and to future generations. generations. You have to take care of it in such a way that can be described as responsible. If we use drugs or alcohol for instance, we are not being kind to all our ancestors and to all our ancestors. or our children and their children at the same time. So in our daily life we take care of our body in such a way that compassion and love become possible to our ancestors, to the people we love. and also to our children and their children. And that is why we try to live in our daily life so that peace and happiness is possible for ourselves, for our ancestors and for our children and children. It is very important that the wave sees its nature as water in order to get rid of the idea that it is only a wave. If you can see your life without boundaries and then this disintegration of this body will not affect you. After having meditated on the sixth sense, the venerable Shariputra led Anathapenika to meditate on the objects of these six senses, namely form, sound, order, taste, touch. And then they meditated on the elements within the body. And then they meditated on the elements within the body. and around the body like water, like air, like heat, like earth. And they see very clearly that the water in me is not me. The air in me is not me. The heat in me is not me. The heat in me is not me. In the air in me is not me. The heat in me is not me. Die Wärme in mir bin nicht ich. Das Feste und Erdige in mir bin nicht ich. Und die Meditation zielt darauf ab, alle möglichen Vorstellungen für ein Selbst zu überschreiten. Freund Anathapindika, let us meditate together. Everything that is arises because of causes and conditions. Und er sprach weiter, Freund Anathapindika, lass uns folgendes meditieren. Alles was ist, entsteht aufgrund von Ursachen und Bedingungen. Everything has the nature not to be born and not to die. Alles hat die Natur nicht geboren zu werden und nicht zu sterben. Everything has the nature not to arrive and not to depart. Alles was ist, hat die Natur nicht zu erscheinen und nicht zu vergehen. When the body arrives, it arises, it does not come from anywhere. Wenn der Körper entsteht, so entsteht er, aber er kommt von nirgendwoher. When the body ceases to be, it ceases to be, it does not go anywhere. Wenn der Körper aufhört zu sein, so hört er auf zu sein, aber er geht nicht irgendwo hin. The body is not non-existent before it arises. Der Körper ist nicht nicht existent before it arises. The body is not existent after it arises. Der Körper ist nicht existent nach seiner Erstehung. Everything that is comes to be because of a combination of causes. Alles was is, gelangt zum Sein aufgrund einer Verkettung von Ursachen. When the causes and conditions are sufficient, the body is present. Wenn Ursachen und Bedingungen hinreichen, dann ist der Körper gegenwärtig. When the causes and conditions are not sufficient, the body is absent. Wenn Ursachen und Bedingungen nicht hinreichen, dann ist der Körper nicht gegenwärtig. My friends, the few lines we just read from the Sutra are not as difficult as they seem to be. Liebe Freundinnen und Freunde, die Worte, die wir jetzt aus der Sutra rezitiert haben, sind durchaus nicht so schwer zu verstehen, wie es auf den ersten Blick scheint. Ich bin sogar sicher, dass wir alle sie sehr wohl verstehen können, jetzt in diesem Augenblick, wenn wir uns nur ein bisschen konzentrieren. Wenn eine Rose ist vorhanden, wenn alle Ursachen und Bedingungen, die eine Rose zum vorhanden sein braucht, ausreichen. Die Rose kommt nicht von irgendwoher im Raum. Und wenn die conditions cease to be sufficient, die Rose will hide herself. Und wenn die Ursachen und Bedingungen nicht mehr ausreichen, dann verbirgt sich die Rose. Wir haben die Vorstellung, dass bevor Ursachen und Bedingungen ausreichten, die Rose gar nicht existiert habe. Wir haben die Vorstellung, dass wenn die conditions nicht mehr sufficient sind, die Rose will nicht existieren. Wir haben die Vorstellung, dass wenn Ursachen und Bedingungen für die Rose nicht mehr ausreichen, dass sie dann nicht mehr existiert. Und wir denken nur auf die Rose als existierend, bevor die conditions are sufficient, und bevor die conditions are sufficient, und bevor die conditions beginn't to be insufficient. An eine Existenz der Rose glauben wir nur für den Zeitraum, nachdem Ursachen und Bedingungen zusammengekommen sind und ausreichen, und bis Ursachen und Bedingungen wieder nicht mehr ausreichen. Bevor all conditions are sufficient, we qualify the Rose as non-existent. Bevor Ursachen und Bedingungen ausreichen, qualifizieren wir die Rose als nicht existent. Und nachdem Ursachen und Bedingungen zusammengekommen sind, qualifizieren wir die Rose als existent. Und wir sind gefangen in dieser Vorstellung des Nicht-Seins und des Seins. Wenn Ursachen und Bedingungen ausreichen, wird die Rose manifest. Wenn Ursachen und Bedingungen nicht mehr ausreichen, hört die Rose auf, manifest zu sein. Und darum kann die Idee von Sein oder Nicht-Sein auf die Wirklichkeit nicht angewendet werden. Wir haben meditiert und festgestellt, dass die Vorstellung von Geburt und Tod auf nichts zutrifft. Und jetzt haben wir festgestellt, dass die Vorstellung eines Seins und eines Nicht-Seins auf die Wirklichkeit ebenfalls nicht zutrifft. Darum muss man nach den Lehren des Buddha sagen, Sein oder Nicht-Sein, das ist nicht die Frage. Wenn wir die endgültige Dimension in uns berühren, dann können wir alle Begrifflichkeit überschreiten. Einschließlich der Begriffe von Geburt und Tod, Sein oder Nicht-Sein und auch der Begriffe wie Kommen oder Gehen. Als Anathapinika an diesem Punkt der Meditation angekommen war, begann er zu weinen. Der Ehrwürdige Ananda war sehr betroffen und er fragte, Freund, Anathapinika, warum weinst du? Do you have any regrets or do you fail in the practice of this meditation? Hast du irgendetwas zu bedauern? Oder hast du in der praxis dieser Meditation versagt? Anathapinika sagte, no, Herr Lord Ananda, I have nothing to regret, I succeed very much in this meditation. Ananda sagte, but why are you crying then? Anathapinika antwortete, Ehrwürdige Ananda, ich habe nichts zu bedauern und ich hatte großen Erfolg in dieser Meditation. Woraufhin Ananda fragte, aber warum dann weinst du? Anathapinika antwortete wieder, Irrwürdige Ananda, ich weine, weil ich so tief bewegt bin. Ich habe nun 30 Jahre lang dem Buddha und der Gemeinschaft gedient, aber bis heute habe ich niemals eine so wunderbare Belehrung gehört wie die des Seins und des Nicht-Seins. Ananda sagte, you don't know, my friend, but this teaching is called the teaching of Sunyata, Tatshin, the ultimate. The Buddha offered us monks and nuns, almost every day. Ananda sagte, Anathapinika, diese Meditation nennt man die Meditation über Sunyata. Und diese Art von Lehre gibt der Buddha uns Mönchen beinah täglich. At that time, Anathapinika tried to join his palm and make a request, Lord Ananda, please go back and tell the Lord that many of us lay people are capable of receiving and practicing this wonderful teaching. Ananda said, Ananda said, Ananda said, Ananda said, please go back to Buddha and tell him that there are many people who are able to understand and practice this wonderful teaching of Sunyata. His idea is that not only monks and nuns can practice this teaching of touching the no birth and no death, but many lay people are capable of learning and practicing also. And that was the last sentence spoken by Anathapinika, after that his son into coma, and the two venerables left him. And his wife and children reported later, that Anathapinika died very peacefully and happily. And his wife and his children died later, that Anathapinika died very peacefully and happily. This sutra is printed in the sending book available in German. The title is the teachings to be given to the sick person. I remember one day on our way to upper New York State in order to conduct a retreat, I learned that my friend Anathapinika was dying in a hospital nearby. Alfred had been executive director of the fellowship of reconciliation, supporting us with all his heart during the time of the war. trying the best to end the killing and it would, I consider the opportunity to stop by and to accompany him in the moment of his departure as a privilege. Alfred was the director, the president of the community for reconciliation, an organization that supported us during the war during the war. Since then, he used to be a terrible war during the war. He used to be a good financial declaration of the war during the war, as an organization that was called the fifth war. Six friends were waiting for us in a van. And I and Sister, Sister Tienh Khong and I went up to the hospital. Unfortunately, when we arrived, Alfred was in a coma, his wife, Dorothy, and his daughter Laura were there to receive us. I proposed right away that Sister Chang Kong sing to Alfred the song of No Coming, No Going, a song that I wrote based on the teaching of the Buddha on the Egotara Nikaya. These eyes are not me, I am not caught in these eyes. The text is, I am life without boundaries, I have never been born, I will never die. Look at the stars, look at the sky, look at the mountains and rivers, all are manifestations of me. Birth and death are only doors, through which I come in and go out. Birth and death is only a hiding, a high and sick game. So, smile to me, take my hand, say goodbye, so that you will meet again, right away. Lächle mich also an, nimm meine Hand und sage auf Wiedersehen, denn wir werden uns bald wiedersehen. Meeting each other again in the historical dimension, meeting each other again in the ultimate dimension. Wir werden uns wiedersehen in der historischen Dimension und wir werden uns treffen in der endgültigen Dimension. Sister Chang Kong continued to sing that song for, I think, about five or six minutes and then suddenly Alfred came back. Before that, Laura, his daughter tried to call him, but not successful. But it was the singing of Sister Chang Kong that brought him back. Auch seine Tochter Laura hatte schon versucht, vorher ihren Vater anzusprechen und ihn ins Bewusstsein zurückzuholen, aber vergeblich. Das Lied von Schwester Chang Kong holte ihn augenblicklich zurück. At that time I was massaging his feet. Gleichzeitig habe ich seine Füße massiert. Laura fragte ihn dann, ob er Schwester Chang Kong und mich erkenne. Alfred konnte kein Wort mehr hervorbringen. Aber aus seinen Augen ging klar hervor, dass er sich unserer Gegenwart bewusst war. Und dann fragte Schwester Chang Kong ihn, ob er fühle, dass Tai ihm die Füße massiere und er nickte. When you are about to die, your body is a kind of numb. You are not aware of your body. So helping doing massage to a dying person may help that person being aware that he is there, she is there. And also the person he loves or she loves is also there. It's very helpful. Wenn ein Mensch im Sterben liegt, dann ist der Körper gewöhnlich wie betäubt. Man fühlt ihn kaum. Und deswegen ist eine Massage des Körpers sehr hilfreich, weil sie dem sterbenden Menschen hilft, zu merken, dass er da ist oder sie da ist und dass der geliebte Mensch auch da ist und dass sein Körperkontakt besteht. Und das ist sehr hilfreich. Und dann hat Schwester Chang Kong mit Alfred meditiert, sie hat die Samen der Freude in ihm gegossen, genauso wie es der ehrwürdige Shariputra mit Anattapindika getan hatte. Alfred, do you remember the time we organized a conference on the environment in the southern part of France? Sie sagte, Alfred, erinnerst du dich noch, wie wir zusammen die Umweltkonferenz in Südfrankreich organisiert haben? In fact, the first conference on the environment was organized by Alfred and sister Chang Kong. There were only less than ten scientists meeting in that conference in the city of Mangtung. Und es war tatsächlich die erste Umweltkonferenz, die je stattgefunden hat, die von Alfred und Schwester Chang Kong organisiert worden ist. Und es waren nicht besonders viele Leute, die dorthin gekommen sind. Das war in einer Stadt in Südfrankreich, den Namen nicht verstanden. I think it was around 1969. Ich glaube, es war 1969, when not many people spoke about our environment. Eine Zeit, in der noch nicht sehr viele Leute über Umweltprobleme gesprochen haben. The statement signed by these scientists in Mangtung was sent to many scientists in the world. And after that we got four thousand signatures to submit the statement, the petition to the United Nations in New York. Das Abschlussmanifest wurde von den dort anwesenden Wissenschaftlern unterzeichnet. Und dann wurde es herumgeschickt. Und schließlich hatten wir über 4000 Unterschriften der verschiedensten Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Und wir haben dieses Manifest als eine Petition an die Vereinigten Nationen in New York geschickt. Alfred, do you remember the time you organized a demonstration in Rome, when 300 Catholic priests, each one carrying the name of a Buddhist monk in jail in Vietnam, just because the Buddhist monks were protesting against the war? Dann sagte sie Alfred, erinnerst du dich noch an diese Demonstration in Rome, die wir organisiert haben, wo 300 Catholic priests, durch die Straßen zogen, jeder mit einem Schild um den Hals, auf dem der Name eines in Gefangenschafts sitzenden, buddhistischen Mönchs ist verzeichnet was? Anfret, Sie erinnern Sie die Zeit, dass Sie auf der Tür des Venerable Thichy Kwan in Saigon beobachten Sie nicht zu essen für wenige Tage, bis der Venerable öffnete die Tür zu eröffnen und Sie beobachten Sie? Er war wütend bei der fortschrittenden Bombardierung der amerikanischen Flugzeuge in den Norden und hat nicht mehr einen Westerner zu sehen. Der Amerikaner in Nord-Vietnam, dass er sich geweigert hat, irgendeinen Menschen des Westens zu empfangen. So hat Schwester Changkong die Samen der Freude in Alfred genährt. Denn so wie Anathapindikas größte Freude es war, Bodhanava und Sangha zu dienen, so hatte Alfred die größte Freude seines Lebens aus der Tatsache gezogen, in der Versöhnungsbewegung, in der Friedensbewegung mit uns zusammen aktiv sein zu können. Und schließlich öffnete Alfred seine Augen weit. Und sagte zweimal die Worte, Wunderbar, Wunderbar. Und danach fiel er wieder in Bewusstlosigkeit. Und danach fiel er wieder in Bewusstlosigkeit. Unten im Bus warteten immer noch unsere sechs Freunde. Mittlerweile war es sehr spät geworden. Und wir waren immer noch nicht an unserem Ziel angekommen. Aber wir nahmen uns trotzdem noch die Zeit, Frau und Tochter von Alfred anzuweisen, mit dieser selben Meditation fortzufahren, falls er noch einmal zu sich kommen würde und wir nicht mehr da sein würden. Und am nächsten Morgen, am nächsten Morgen, die nächste Morgen, sehr early in der Morgen, vom Omega-Institut in der upper New York State, wir bekamen eine Telefon von Laura, Er sagt uns, dass Alfred über ein paar Stunden nachdem wir geflogen sind, sehr schade. Sehr früh am nächsten Morgen, als wir schon im Omega-Institut waren, im Staat in New York, erhielten wir einen Telefonanruf von seiner Tochter, von Laura, die uns berichtete, dass Alfred nur einige wenige Stunden nach unserer Abreise sehr, sehr friedlich und sehr, sehr glücklich gestorben hat. Und Schwester Zhang Kong und ich hatten beide das Gefühl, dass Alfred eigentlich nur noch auf uns gewartet hatte. Und wir waren überaus glücklich, in der Lage gewesen zu sein, dort vorbeischauen. Und Schwester Zhang Kong und ich, wir hatten beide das Gefühl, dass Alfred eigentlich nur noch auf uns gewartet hatte. Und wir waren überaus glücklich in der Lage gewesen zu sein, dort vorbeischauen. In order to help a person dying, you have to be there, solid, with your non-fear. Um einen Menschen in seinem Sterben begleiten zu können, muss man da sein, ganz gefestigt, furchtlos. Wäre es nicht wunderbar, wenn für uns der Moment des Abschiednehmens kommt, dass wir jemand wie Shariputra neben uns sitzen hätten? Aber jeder Einzelne von uns kann für den geliebten Menschen ein Shariputra sein. Bitte seid in eurem Alltag nicht zu hektisch und zu beschäftigt. Versucht jeden Augenblick eures Lebens voll und ganz zu leben, tief zu leben. Wenn ihr das tut, dann wird es euch gelingen, die endgültige Dimension in euch zu berühren. Solidity and non-fear are the flowers that bloom on the tree of mindfulness, looking deeply. Festigkeit und Furchtlosigkeit sind die Blüten des Baumes, der aus Achtsamkeit, aus tiefem Hinschauen erwächst. Wir müssen für uns selbst ein Shariputra sein und wir müssen ebenso ein Shariputra sein für die Menschen, die wir lieben. In buddhistischen Monasterien, die manchen und Nonnen, die manchen und Nonnen, jeden Morgen, das Harzsutra. Das Harzsutra wird gesprochen von Avalokiteshvara, demjenigen also, der das tiefe Zuhören will. Im Harzsutra geht es um Furchtlosigkeit. Denn das Harzsutra behandelt die endgültige Dimension, die Dimension der Nichtgeburt und des Nichttodes. Das ist die Essenz, die Sahne der buddhistischen Lehren, die Anathapindika auch für die Laien zu wenig gemacht hat. Heute haben wir einen ersten kleinen Geschmack von Studium und Praxis dieser Lehre bekommen. Und wir sollten damit fortfahren, diese Lehre, die die Sahne der buddhistischen Lehren ist, weiter zu üben und weiter zu studieren. Und, liebe Freunde, meine Damen und Herren, in den letzten sechs Tagen, wir haben wir able zu sein, praktischen Warten, die Warten, die Warten in uns und ein paar neue Warten. Ich hoffe, dass nach dem Retreat alle von uns die Praxis weitergehen werden können für unser eigenes Wettbewerb und für die Wettbewerb der Menschen über uns. Wir alle in der Lage sein werden, diese Samen weiterhin zu nähren und zum Blühen zu bringen, zu unserem eigenen Wohl und zum Wohl der Menschen um uns herum. Nicht nur 80 Brüder und Schöne haben eine neue Wettbewerb bekommen, aber alle von uns sind in diesem Retreat, including mich. So, mein letzte Wort jetzt ist, happy, happy Continuation. Nicht nur die über 80 Freundinnen und Freunde heute Morgen haben eine neue Geburt erlebt. Wir alle sind auf diesem Retreat hier in Oberlete wiedergeboren worden und deswegen wünsche ich euch allen einen glücklichen Kontinuitätstag. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!